Hallo zum Salz der Woche. Ich bin der Christian, das ist der Björn. Und Björn, ich habe Beckensurfer in meinem Aquarium. Was sind denn jetzt? Was sind Beckensurfer? Scheiben an Immonen, die sich irgendwie gelöst haben, weil sie neu fragmentiert sind und fliegen dann durch die Strömung im Becken und haben keine Chance festzuwachsen. Wir haben mal ein Video gemacht zum Thema Korallen fragmentieren und befestigen auf Ablegersteinen. Das geht mit den meisten Steinkorallen und auch mit einigen Weichkorallen. Zum Beispiel, wie der Christian gesagt hat, mit Scheiben an dem Mond nicht. Da gibt es aber folgenden Tipp. Ihr nehmt euch einen Behälter. Den haben wir vom letzten Pizza bestellen. Da war Salatsoße drin. Den tut ihr gut ausspülen. Dann tut ihr Steine rein, Ablegersteine. Am besten welche, also keine neuen, sondern am besten Generalität, die benutzt sind, die leben. Das mag die Koralle. Dann tut ihr die Koralle oben drauf. Dann kommt ein kleines Netz drüber. Das schneidet ihr zu. Das habe ich jetzt zum Beispiel von einem Mandarinen-Netz, wo Obst drin war. Dann kommt ein Gummi drum und das Ganze ist verschlossen. Das hat einen Vorteil, dass die Koralle immer frisches Wasser bekommt, weil das Ganze oben offen ist. Und sie kann trotzdem nicht abhauen durch die Strömung. Ist also hier drin fixiert und muss irgendwann auf die Steine festwachsen. Und wenn das geschehen ist, dann könnt ihr sie wieder da rausholen. Das war unser Salatsoße und wir sehen uns nächste Woche wieder. Sehr cool. Ciao.